Warum müssen wir uns jetzt mit Innovation in der Forschung auseinandersetzen? Ich glaube, es war noch nie so wichtig wie heute. Wir sehen, welche großen Herausforderungen wir als Gesellschaft, als demokratische Wissensgesellschaft uns herausfordert. Das ist die Frage von sozialer und wissenschaftlicher Innovation, die mit und für Gesellschaft jetzt für Deutschland, für Europa als Wissenschaftsraum genutzt werden muss. Untertitelung des ZDF, 2020